Jawoll! Und auf geht's beim Schichtl! Und jetzt mal ganz genau auf die Merkirchenschaften. Weil jetzt können Sie heute noch mal was lernen. Weil so was gibt's nicht beim Schichtl. Nur wir haben das ein Spannbügel im Dürtl. Unser allerbeste, wunderbare, einzigartige Biggie! So was. Hey, den Metzger, geh mit dem Schaufenster. So was gibt's aber nicht beim Schichtl. So was ist einmalig und fünfmal am Tag was Wärmes. Ein Geschenk der Natur, die Menschheit. Wenn du mal tief von hinten auf der Vespa hocken siehst, dann weißt du mal, was Bremsbacken sind, mein Lieber. Aber heute ist das egal. Heute hat dieser Wutermann Dienstag. Heute haben wir Grund zu feiern. Heute. Heute hat Biggerlein Geburtstag. Jawoll, so ist es. Dann sage ich auf, Geist Glückwunsch! Alles Gute, Biggie! Ja, sie, heutz! 170 Kilo werden 412 Pfund alt. Ja, so was geht. Und derweil wollten wir uns längst einmal trennen. Aber dann ist leider noch sie auseinander gegangen. Jetzt haben wir das Dilemma. Die werden einmal stirbt, die kommen gar nicht in den Himmel rauf. Die passt aber da so zu lang. Aber da weißt sie und ihr weißt auch. Weil wir zwar da vorne, das sind halt die Spitze vom Eisberg. Die Spitze ist der Schichelkabinett. Und da stell ich vor, aufgenähert. Und... Attacke! Hopp! Ja, liebe Schichelkabinett, kann mir nicht mehr viel vorstellen, das Publikum. Liebes Publikum, da, Schichelkabinett, das sind wir. Ja, vielleicht sind andere schneller. Aber wir haben begnadigte Körper. Und ich stell dich vor, weil auf heuer haben wir für euch letzten ein nagelig neues Programm. So geht's los. So ist gereist von, ganz weit her an meiner Seite, Kevin Rindprömerding und Carolina von der Klocke. Mit einer absolut neuen Vorstellung für euch im Schichtel. Sensationell und einmalig. Mit den zwei könnt ihr jetzt da drin nicht nur ein Schädel, sondern auch noch das Herz verlieren. Eine wunderschöne Nummer. Damit sind die grad auf Welttourne. Las Vegas, Plattling, Verona, Schichtel. Das ist Champagne für die Sinne. Kabel für die Augen. Balsam für die Seele. Für euch einmalig, nur heuer auf der Wiesel. Kevin und Carolina. Die junge Dame war jahrelang Saftschlepperin bei der Lufthansa. Jetzt ist sie Luftschlepperin in dem Saftladendach. Ihre Flügel hat sich ausgeliehen bei der Pull. Bei denen heißt es Shitwings. Wir sind dazu Kotflügel. Und damit schwäzt sie durch den Schichtel. Seine Wonne. Deine Freude. Es ist wunderbar. Es ist Elvira. Und dann kommt das Regional. Die größte Viecherei auf der ganzen Wiesel. Die Enthauptung einer lebenden Person. Auf offener, hell erleuchteter Bühne. Mittels Guillotine also. Mit dem Fallbeil. Mit dem Fallbeil. Jawohl. Die Schädel haben euch runter. Egal ob Mensch oder Preis. Da. Könnt sich alle das Bühne nach der Reckenhals schütten. Und dem Schichtel sagt sie alles. Den blank aufs Schüttenhals. Die Atherie und den Kehlkopf. Des Kugelgsaapfall. Alles. Auch wie es Blutspritzt. Aber noch im Schichtel. Nicht da vorne. Im Schichtel macht es der elegante Mensch. Der Hamperer ist der Henkersknecht. Der schaut zwar sich mitgenommen aus. Der ist aber selber hier gefahren. Der Hamperer. Und da drin ist er persönlich. Das ist er. Der Henker vorm Schichtel. Ringo der Schreckliche. So schaut Gammelfleisch aus wie es da lebt. Wenn die aus dem Kühlhaus rauskommt. Der hat sich gerade eine Wohnung angeschaut. Aber zu dem brauche ich nur noch Gscherzei. Da war die Naturschie gemein. Ringo. Und diese schamante Dame. Sie haut durch die Rübe runter. Eine Frau soll scharfen Rasiermesser. Das ist die Tochter vom Ringo. Die Tante vom Hamperer. Meine Cousine. Und die Besitzerin vom Kühlhaus. Die Schichtel. Und das ist alles voneinander. Das ist alles zusammen. Das ist das Schichtelkabinett. Das ist an mir. Hi. Ich hab gesagt das ist das Schichtelkabinett. Auf geht's vorwärts. Auf geht's. Rettel. Was ist mit dir los? Fallst du nicht oder kapierst das nicht? Und heuer hier auf der Intershof 2013 präsentieren wir das neue Programm. Mit dem Titel. Wenn's der Preis zum Triff stand, wird's noch richtig. Und jetzt mach ich aber's Leben. Auf geht's. Jubel. Es tut mir leid, die haben nix gehört. Hey. Jubel. Dankeschön. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's beim Schichtel. Auf geht's. Wir schaffen's. Stürmt's die Bude. Damit der Laden so voll wird wie ich im Wald. Und ihr braucht's keine Angst. Dann beim Schichtel. Ist noch nie einer. Du mal rauskommen. Wird reingegangen. Ist unmöglich. Rein kulturell so viel Zentrifuge. Wir hauen euch weit vor. Also kommt's ein und schaut raus. Ich muss euch warnen. Wer nur vom Schichtel rumsteht und rauf schaut, ohne dass ihr reingeht. Seid vorsichtig. Wer riskiert. Dass ihr Netzhaut-Hämorrhoiden kriegt. Das ist eine gefährliche Krankheit. Aber da hab ich was dagegen. Eintrittsgarten. Darum sag ich auf geht's. Kaufen. Marsch. Marsch. Weil die Wiesn. Wird unterm Fallweilen schieben. Auf geht's. Trinko mein Freund und Henker. Geh rüber zu mir. Weil ein Sau die Angst vom Metzger hat. Wird nie ein Schnitzel. Auf geht's beim Schichtel. Auf geht's beim Schichtel. Eis. Ich bin Sie im vlogen. Brains. Ich bin schon auf gesund. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020